ich nehme alles was die banane leute heute gibt es wieder ein neues video mit dabei ist der ender king wir spielen heute eine challenge und zwar und zwar nur die mythische waffen ja aber am anfang dafür dass viele waffen benutzen wie keine mythischen waffen haben okay macht bereit wir legen gleich mal los ja das ist gerne ein abo da bald hat der ender king auch ein kanal ich hoffe sein vater erlaubt ihm das mal und wir legen gleich mal dieses video werde ich auf jeden fall hochladen ich bin traurig weil wir keine mythische waffen kriege die banane dies nicht aber sie tut so ein trauriges gesicht denn sie hat kein trauriges gesicht die hat einem so ein schwaches lächeln ist sie lächelt wenn sie keinen tanz macht sie ist halt so ein skin der keinen bock hat auf lächeln es gibt viele skins die so sind ja sie haben keinen bock weil die auftragskiller sind bestimmt sind nein die banane soll banane soll james bond darstellen und der lächelt ja auch nicht so oft james bond ich bin selbst und hier fällt auch schon weg einer von den john wick ab und das ist ja wenn es deine lieblingszeit team getötet hat ja das geht wo machen wir das ist gerne ein leichter wir brauchen zwei mythische waffen egal okay wir gehen mit einer kriegt die mythische waffen und einer nicht wir versuchen erstmal nicht die mythische waffe zu holen wir lassen die gegner erstmal die menschen waffe holen essen wir wir müssen uns erstmal auf und warten bis die mythische waffe geholt ist und dann versuchen wir den gegnern die menschen wache wegzunehmen okay also zu essen lande mit mir in der kanalisation also ich meine muss nicht umschächten warte ich ich gern auch nicht kurz erst mich mal tan das klauschaut nein kein tag das dauert viel so viel zeit kommen einfach ein james bonds anstatt wochen zwei hier ist ein einmal trug ich habe schon mal ein sturmgewehr warte kriegst du auch gleich eine waffe über 15 noch für mich hatte das eigentlich hier kommt nein wo bist du runter müssen hier wenn hier ist die chest hier oben ist die weiß nicht was ich habe eine eine technische an den kurscheid hier ist ein sturmgewehr drinnen lassen davon dass man sich chillen erstmal das müssen ja das macht die gegner hier aber das ist bei der reinkommt dann macht den heftigen shop ich gebe dir zwei minister hätte bisschen sicher ist ist auch verbirne gut willst du nicht so viel quatsch machen so kümmern ist das erst mal um die restlichen gegner hier es könnten zwei duos sein pass auf die schmeißen und kraften bleibt oben okay bleibt da oben wo du bist scheiße jetzt offen gesagt muss er kann kann da ist einer bei mir bei mir auch er kommt es hat die wende abgeschraubt den kanadten kommst du dir hoch schnell alles vorsichtig ich wünsche nicht ganz ganz schön gefunden oder die wände ich hier abgemacht mit sein ja habe ich ja gesagt hier die ich habe schon ein sturmgewehr nein ich meine ich habe einen punkten lassen das ist bei dir das ist einfach du bist das ein paar fahrer wird da ist sicher warte erst mal schon bald einfach die waffe die du gerade hast ich glaube mir das ist schon weg also der die die dinge hat da sind welche bei warte kamera kurz zerstören jede kammer aufzustellen sie sich ich gerne gehe mein lieblingsraum schnell da bin ich uhr der vier komponierende ich habe eine ein bg ich nehme schön im bg ich bin mir ja trinken oder nicht nur mir damit ich okay lasst du hast du nein nehmen du bg machte zu schützen ich habe mehr draußen draußen ich glaube die sind im ja ich höre die tommy dann sie sind da hatte wir warten kurz nein wir warten kurz ich habe jetzt den neuen hängen jetzt kommt okay das wir warten kurz ich mal ich drück gleiche ich weiß mal so ein bg ich habe ich habe ein kill wir haben sie ja dass ich die mythische dann ich nehme jetzt mir die mythische mini dann ein mitschirft links jetzt habe ich keine andere waffe nehmen außer hier ist hier ja es kann man aufsammeln ich muss den jahren schocken nehmen die waffen wird hier noch bessere armini gang weniger das schild muss das schild mitnehmen hast du okay weg mit den schild gestanden bitte kein quatsch gerade im video ja okay wir haben das gut hingekriegt die erste stage der freund einer ich schieße nicht lieber weil ich meine hat wissen wenig muni der küsste okay das ist geschämt spiel in ein gross verwandeln weil das spieler mich nicht nein du bist so ender king ja hier ist ein weniger weniger ich habe schon eine ja ich bin ja ich bin ja kein arm muss natürlich nur snappi sachen ja nehmt du wirst du brauchst ich habe nur die munition das wissen schauen wir hier hat den knopf gedrückt ja weiß ich hab mal drei was ich kann aber dran hat sich nicht aktiviert das glaubt er kann in ordnung aber gut mit gegen das sein hatte den wohnen schon so was wieso trifft er mir okay wir haben ihn aus der achtung sanierten mail kommt ich bin ich habe ich werfe ein bisschen zu viel dahin gehen wir weg gehen wir weg ich habe das in die luft wenn er kommt liegt eine mythische mini liegt da was goldenes nicht auf ihn drauf gehen ich mache sie viel wenn er kommt er sieht es aber gut sagt die pauch hier sind auch freunde besser alter den wir gut geholt für dich ich brauche ich nehme eine sturm gewährt stunde wer denn das mini einmal weil du hast weil ich sehe bei dir zu hast ein bisschen schildverlust als auch im märktex muss eine gute runde wir können das kann ja es kommt noch ein boot ein bisschen konzentration lassen das klug nehmen ich komme ja wir sind die bösen ja ich guck mal was der von gang tut mein gott hier zwei minis heute ist noch gott tag nein heute ist kein auto lasst du es doch einfach sie ist ja nein ich bin gerade ja wir müssen sie zusammenhalten konzentration ja das ist mit dem c4 war voll witzig da wollte so die karte nehmen er so oh mein gott das ist die vier und dann ja ich das in die luft ja das ist auch schön geil aus wenn er brauche ich nehme ein bisschen mehr material material sind was er was sie den baum zerstört ist nicht schlimm sie sind mit boot her gefahren ja und wir haben sie einfach mit dem boot gekillt werden sie einfach gekillt ich muss nicht kurz verwandeln zu einem ghost weil das ist eine ghost chest ich mache sie trotzdem auch wenn ich sie auf auch wenn ich sie nicht nehmen darf das ist voll komisch man hat diesen dicken skin und wird auf einmal so dünn mehr komm mal her zwei mal weniger ich kann so richtig rasieren wenn man andere überhitzt dann nehme ich gleich die anderen ok er findet rum mit dem sicherheitsgarten ist was auf die fliegen welche her ich nehme wo sind die hingeflogen ich glaube die sind dahin geflogen ich glaube es ich weiß es nicht weiter die regen weil komplett auf mit ihren blöden granaten ich höre sie ich heiße auf auf jeden fall ein nein habe ich noch keine schaden gegeben ich glaube er hat eine mythische das gute ist gut so aufs leben noch eine 20 musste ich glaube der lösungsstoffe nein er ist aber genau da hilft mir doch online sein team mit kommt steckt nicht sie auf beiden seiten nicht wo bist du unten hier konnte nicht mitkommen jetzt werden wir noch von anderen angeschossen ab eine wir sind da wir müssen zusammen ich sehe sie sie gerade sie können gut in der lüfte stadt gehen die tun wir uns um ein so haben da irgendwie eine riesige metallwäsche ja ich sehe sie ist 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 sie kommt bei mir raus ein habe ich ein habe ich genau hast du ja schon achtung dass sie viel das ist ein auf was auf den einen auf ich höre mich gerade ich bin ja ich gucke mich um ist nicht abstellen da da schießt uns eine an er von weiten ich habe nicht gut wie versteckt durch das kurz bleiben fast alles in bula also es könnte ich sehe den ein ich sehe den team von dem ein ich sehe ich den bot ach du hinter dir das sind alle auch ich nehme sie zu der zweite clip ist es begonnen ich habe ein bisschen angst dass der eine noch lebt als jetzt eben noch 14 14 14 hier ist einer noch einer ist hier noch bevor ich habe hier bei der toilette vielleicht konkurrenten sagt ein stimmst du ja ja wo ist er wenn wir sein team für weisen wollen hin hatte ich sehen hat ihn hat ihn hat ihn hat ihn hat ihn hat ihn jetzt ein leckeren 50er für mich ich darf keine aug du weißt ja auch schön ist noch einer aber das war gut mit mythische waffen aber ich nicht so ja gut keine gute verantwortung und kein waffenscheid ab das war ein bord hast du den 50er getrunken ja okay ja aber da hat gerade jemanden raketenwerfer geschossen oh mein gott nur noch sechs gegner leben wenn wir jetzt den epischen holen mit der mythischen nein das ist wenn ich rechtlich weil dann sind wir einfach nur gut bist du alle bitte ich habe die lieferung geschickt und was dann kommt wir holen den wir holen den kommen wir gehen mit dem jump hat wohin auf sache hätten wir die seien kommen mit hierher ich komme das waren wir da hinten sind glaube ich welche ich habe doch ins kalt sie spielt diesen gut ausgerüstet das gegen leben nur noch fünf gegner wir zwei dann noch mal zwei noch mal zwei und ein solo hier sind welche jetzt jemand seine rauch kann das sind rauchgranaten davon ich weiß dass der bruder sein bruder das geht kommt hier ist ein nechter ist egal ich habe sie keine chance egal kommen wir haben wir haben wir haben die fast geholt ist nicht schlimm wir gehen zu der schlag auf jeden fall ja ich bin gut mit rappler ich nein du nimmst du brauchst aber eine waffe wie kannst du mit dem grabler gut sein ja man kann wenn der gast rum ist hochhacken nochmal und dann mit den goldenen hoch feuer ja aber du hast keine waffen dann ja gut stimmt dann darf ich keine waffen haben dann darf ich keine waffen haben wir machen das so ich nehme die scar und du nimmst den grabler aber du darfst noch andere waffen nehmen mit dem grabler ja okay das ist keine woche ich habe danke ja okay ich markiere ich habe schon gleich auf noch nicht sagen ich habe noch nicht dann landen schon viele bestimmt ich weiß nicht wie viele landen ich schaffe jetzt schon mal ein bisschen den hängel glatt das ist mehr rankommen soll jetzt erstmal zum leuchtturm ja okay dann jeweils zuerst lukis leuchtturm aber dann wird es schwerer dies gar zu finden egal wie gehen zu den luke lukis leuchtturm lukis ja so ist das lukis leuchtturm ich baue den turm ab und dann kann ich fallen alle waffen runter schon gut geht ja manchmal lachen da welche ich gehe zum hausbau schon mal runter lukis leuchtturm lukis auf den teppik den eingangs dafür gehalten ich habe schon eine frau und eine mp in blau noch mal und eine grüne punkten falls deine waffen ja schon wieder ein bisschen voll frei weggehen wir holen wir holen erst mal keine mythische waffe alter ist verriegt nur farmers was kann ich hier meine teil porten anorten külder 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 ja ich habe gute waffen dieses video eine gute zettel ich brauche mit dem tippen ja dann kann ich das ich habe hier schon eine blaue wir nehmen erst mal keine mythische ok wenn wir keine finden dann warten wir so den die kreis mini mini ich brauche ich gleich gleich momentiert wie es mit meinen kanaten und dann denken sie wissen dass wir sind das aber sind wir eigentlich nicht auch denn jetzt soll dann lassen wir zone gegen gehen es gibt für der plassenparks auch so auch eine mythische oder nein nur bei der jacht die scharke plattform mitte und die ghetto also noch ich weiß nicht wieso das alles auf englisch ist wir können es doch auf deutsch die jacht kann die die jacht kann das heißen oder der hei kann das auch heißen ja ja also abonnieren muss man immer noch wie ist deine video muss man nicht wenn ich da komme ich nach hause und gibt es oder sowas man muss nicht abonnieren her von so zuschauer zu beleidigen ok dann müsst ihr nicht abonniere mussten jeweils war was hast du den bg getrunken ich habe gerade minis gefunden ich komme wieder da da kommt hier noch rein wenn es meine kleine schwester ist dann schick sie bitte raus wenn sie reitungen bleiben will ich nicht drauf gewesen war mein mein klein ich bin ich war der garten bücher habe ich gerade gesagt ob ich habe ich das gesagt ich habe blau tactical gesagt kann es mal auf den ganzen häuser weg zu nehmen ja wir müssen zusammenbleiben geheim versteckt noch eine tactical viele tactical röder ich nehme ich kann man kann nur drei stecken noch nicht die will das heute ist ja weißt du gestern hat er heute nur als ich mal immer eine solo runde gespielt habe um ein paar herausforderungen zu machen ich gehe zu einer chest minis ist okay ich gehe zu einer chest minis ist okay ein bg ich gehe zu der nächsten chest noch ein bg ich gehe zu der nächsten chest noch ein bg auf einmal minis wieder wieder weg ist wieder minis wie wieder weg ist ein haufen cooler wie das alter wie lang ist der weg also ich bin bis noch person park gerutscht gehen nicht gehen nicht nicht du das nicht ich habe noch eine kürze gefunden er ging ich habe mich nicht nehmen gehen nämlich sind dieses klo hier gehen was in dieses klo ist wieso erst mal brauchen man da für zehn jahre anzukommen und man geht bis nach pläsenz von hier nach pläsenz nicht nicht gehen nicht gehen nicht gehen nein 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 tu das wird sie nichts da ist gerade feiern ich hatte weil man hier nicht stärker was man immer dran fahren kommt sonst kann man sich ja nicht mehr teleportieren sonst kommt man der bäger mein laden ja vielleicht nein hallo das ist eine küsse öffnen ich bin ich bin ich bin ich bin auch schnell hier sind zwei klos können wir gleich gucken was ist eine führt nirgends so hin und die andere führt auch nirgends so hin war das nur für die kunden sie wäre ja langweilig wenn die jetzt einfach so weg kommen dann haben die angst wo sie sind und ist ja eigentlich unglücklich ich habe gerade herausgefunden dass man die herausforderung machen kann baue dies aber das auch also stand und so ich habe die auch gerade bekommen ja wie viel holz warte ich gucke einmal wie die ist es gibt der pool herausforderungen tägliche brutto einfach der kuschel vor gut schmiert lässt oh mein gott verstecke in geheimgängen und verschiedenen matches ihre spieler in einer mit einer schrotflinte ich habe eine schrotflinte ich habe eine taktische schrotflinte trage einen zu boden gegangenen gegner 50 meter weit füge spielern schaden von unten zu eröffnet ruhen die mit einem sicherheits scanner blablabla sind verhöre in verschiedenen matches zu boden gegangenen herrn langer eliminiere spieler bei craggy gliss und weeping woods füge gegner schaden mit schrotflinten zu baue 500 holz ab 400 stein und 300 metallen danke ich bin weg sind mega viele herausforderungen von brutus nein du bist jetzt nicht durch das klo gegangen oder ich bin das krein gegangen sei nicht mehr weit oh mein gott es ist das ist die toilette ja bist du beim geheime einmal ich muss wieder zurück ich bin fast in die zone gesprungen stand bekommen weißt du dich mal vielleicht hat er ein star hier gelaufen wer weiß weil ich schon eins da hatte vielleicht das ist meine stunde wenn wir so habt die herausforderung und die blaue ich habe ein 100 die box bekommen ja bin jetzt stufe 22 kommen wir gehen das in der zone ohne eine mystische waffe was ich habe jump hat wo bist du ich bin hier komm ich muss mich kratzen und rücke ich bin jetzt sehr wichtig was 25 nein du bist 16 jetzt scheint bei mir ich glaube so ein fehler doch was hat sich verhört was geht denn hier ab es gewachsen ist es gab gerade stress okay ich ist keine trug mehr du musst dich runter laufen ich habe drei minis und drei midi paxys gegner zu sein team geht noch warte das noch ein duos also zwei duos so der dritte videoclip so jetzt hier brauchst du hast du damit genommen die freunde der wacht ab nein ok da habe ich noch drei so sind sie wollen wir sehen wir können nicht so blöd nein das ist einfach der videoclip war gerade bisschen blöd das ganze zeit aus und angegangen aber jetzt läuft es weiter und ich glaube nach der runde ist das video zu ende es geht schon ganz schon lange von drei videoclips nach der runde mache ich dann schluss lade es hoch vielleicht vielleicht kommt das sogar erst morgen hochgeladen ok und jetzt müssen wir konzentrieren da hinten sind welche position halten position halten position halten ok jetzt hätte gerne vorne gehen das erstmal ins haus rein ich brauche eine pump gun die minier oder gegner mit schrot finde so wie oh mein gott ich habe eine beste idee ich mache das video beenden also wenn wir verloren haben und dann mache ich einen live stream der drei stunden geht und wir probieren die challenge weiter machen wir das mal leute wir sehen uns gleich wieder nach dem video guckt auf jeden fall nach dem video und meinen live stream vorbei und in meinem live stream wenn ihr das video noch nicht geschaut habt guckt lieber im live stream er guckt über den das video als erstes damit ihr wirklich keine sachen damit ihr keine sachen vorgespoilert kriegt von uns nicht hier ist nur ein piek darf ich die öffnen ja ich habe ich schon einen blauen ja ich brauch die scheiße ich habe uns zum glück nicht verraten hoffe ich es ist die wobei doch schon wir sind und sind schon längst abkommen wegen der zone nein da sind sie darf ich ihn killen bitte ich schaffe ich nicht schaffe ich nicht schaffe ich nicht ich komme ein habe ich ja ich habe den einen schon gefinisht ich höre schritte also hast du paar waffen für mich ihr habt mich haben nein komm schnell er finisht mich mann komm das können wir nicht haben wieso finisht er mich ok hast du schon den leichten tschüss wir sehen uns gleich wieder und